Was ist eine Meta-Ebene? Eine Meta-Ebene ist, wenn ich einen Film vom Film mache. Wie hier zu sehen, also der gefilmte Film ist die Meta-Ebene vom Film. Und hier sieht man mein Spiegelbild. Naja, man sieht es nicht so gut. Und wenn ich die Kamera umdrehe, dann müsste man mich sehen. Schauen wir mal. So, das bin ich. Und das war der Film.